Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyblog Die Nummer 2 Ja, die erste Folge gab es bei Anton 2206 Seinen Kanal werde ich noch verlinken Wir haben das Projekt zusammen gestartet, weil wir dachten Dass es euch vielleicht bei euch gut ankommt Und wir haben euch, also wir haben ein bisschen mehr dazu genommen Und zwar wie eine Diamantschbezirke, ein Steck Redstone, ein Steck Netter-Quad Das ist halt unsere Version von Skyblog Wenn euch das nicht gefällt, dann kommt halt damit aus Wir haben ein bisschen schon gemacht, weil meine Aufnahme irgendwie verkackt ist Also es ist so, wir haben halt meine Aufnahme aufgenommen, ganz normal Und dann haben wir versucht, also wir dachten, das nimmt auf bei dir Und ähm, aber es hat nicht aufgenommen, währenddessen haben wir einiges gemacht So wie das hier, ne? So, du kannst es ja mal zeigen, was du schon gemacht hast Also ich habe Zucker angepflanzt, Kaktus angepflanzt Ähm, die Bombe vom Arbeiter gewissen Und ein schon angefangener Mobfarm zu bauen Und dann habe ich eigentlich nur die ganze Zeit nur mit Anton mich gepugelt Und Anton hat Top-Summe gemacht Also gut, dass das nicht drin ist, ne? Fünf Minuten waren es ungefähr, die ihr verpasst habt Aber ja Es ist jetzt nicht so viel passiert Tut mir leid, wenn ihr jetzt oben so hier ein Aufnahme-Ding sieht Ähm, das ist wegen meinem Aufnahmeprogramm Weil es ist irgendwie nicht mehr registriert von meinem Spiel Es tut auch noch Skype und deswegen war es bei uns bei den Videos verkackt Ähm, Skype als Hintergrund, da war noch die Stimme Was meinst du denn? Und ja, deswegen ist da jetzt so ein Fenster von... Was meintest du denn mit dem oben das Ding? Hä? Was meinst du denn mit oben das Ding? Der Rahmen Achso, ne, ne, den Sieg nicht Ähm, du könnt mir gerne Lieder empfehlen, die ich euch zuvor stelle Weil Anton ist... Ähm, macht das nicht mit dem Background-Musik Doch, doch, ich könnte das auch machen Ja, aber er könnte es auch machen, aber es ist voll, ganz ehrlich Ich bin zu faul, also wenn ihr welche habt, dann kann ich die gerne benutzen Weißt du was, ich mach jetzt eine Melone Guck mal, Anton Was? Was? Äh, was war das denn? Jetzt hier, gucke, ich ess die Melone Ja, voll Hab sie gegessen Jetzt haben wir keine Melonen, siehst du mehr Ja, weil der Punkt ist, Alter Jo, wie viel Hunger ich hab, wenn ihr mal wieder habt Soll ich dir wieder Harstex machen? Harstex? Ja, ja Harstex kannst du mir gerne machen Das ist gut Harstex vermeint, kann ich nicht... Ne, mach mir keine Harstex! Gib mir die Kommission, ich baue ja dann immer von Ups Ich hab schon probiert Warte, ich hab... Ich hab ein bisschen Harstex gemacht Ja, äh, scheiße Warte, hier ist der Fruchtstand Die andere tue ich mal die Truhe, ja? Ja, ja Ne, die kann ich eigentlich auch wenn die Fläche gebrauchen Sieht sehr schön Hinter dir Achso, warte, warte Achso, warte, komm, Quatsch Die Schule, die voll vom Rang Die Glätslinge und Holzlüsse Das ist so, dass sie sich immer noch helfen Was denn? Wir haben auch Skype noch gestartet, hey? Ob zum Server? Ja Das war übelnd scheiße Das Zeug ist vielleicht... Wenn du dort jetzt 10 Minuten Online warst Der halbe Stunde, circa, brauchst du das zum Wachsen Einbauen Echt jetzt? Jaja Warte 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 Der Hirsch hat noch... Ich hab's nicht hier reingebaut Nein! Oh, Junge Ach, scheiße, ey Also, ich... Ähm, bau mal hier den Koff... Ähm, wirklich... Ich... 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 Schauen wir nach... Oh, okay Also, wem dieses Projekt gefällt, der kann der gerne mal einen Like unterlassen Und bei 10.000 Likes zeige ich meinen Fuß Ich zeige mein Fuß Nein, das ist geklaut Anders zeigt Edgar sich... Er mapping keine dich FRO fan Warte, ich kann dir dein chemistry euch zeigen Du? Will ich aber nicht sehen. Ihr wisst, wir nehmen hier auf, wir wollen unsere Gesichter nicht gegenseitig sehen. Ja. Weil ich denke, Anton ist nur schlamm. Guck mal, ich will das bisschen. Ich zeig alle weiter ein Gesichter. Okay, in der nächsten Aufnahme seht ihr dann mein wahres Gesicht. Alter, ich habe eine Leiter gebraucht, Alter. Ich habe das ganze Holz verbraucht für eine Leiter. Echt, bist du dumm? Ja. Das ganze Holz. Das ist trotzdem so Holz. Alter. Hä, war eine Leiter, bist du blöd? Na klar. Was soll ich sonst? Das ganze Holz muss ich. Hey, da kriegst du auch viel mehr Leitern raus. Junge, schon Facecam anfangen, ne? Du bist gebraucht. Oh, Juh! Junge, halts live! Oh, also du bist. Oh, ich war ein Fallschaden geschnitten. Das ist besser für feinliche Scheiße. Haha. Das ganze Holz ist weg. Das hat mich denn in die Kiste ge... Ich hab's ge... Ich hab's in die Kiste gelegt. Ich hab's in die Kiste gelegt. Ich hab's dir in die Kiste gelegt, Alter. Ich hab's dir in die Kiste gelegt. Um Bombo. Ich hab wirklich gefühlt schnell. Ja, wieder weiter. Jetzt fängt das wieder an, Alter, aber auch jetzt. Komm. Komm, das ist... das ist nicht lustig. Überhaupt nicht. Ich hab's dir in die Kiste gelegt. Ja. Auch die Ecke. Ich hab's dir das in die Kiste gelegt. Och, nein. Okay, ich hab's dir gesehen. Ja. Was? Ich habe mich bei 360. 300, нет! Nein! Oh, Alter, ich hab... Hab ich mal probiert, dass ich... Du darfst nicht rennen, Junge. Ey, ich hab noch gar keins verloren. Ja, weil ich, weil ich gerannt bin. Ach ne, weil ich die ganze Zeit gestorben bin. Noob! Ihr wisst... Ja, weil du mich... Oh, Half-Life! Alter, wenn ich nur einmal von der Leiter falle... Verrecke ich. Also, ihr wisst... Anton... Bestimmt... Das andere... Einige... Willst... Oh, du Monko! Na, ich bin... Im Gegenteil... Also, ich bin auch ein Noob. So ist es nicht. Junge, ist das ganze Noob drin? Nein, das hab ich. Kommentar, das bleib ich jetzt irgendwann mal. Hä, Loll? Hast du grad sieben Koppel so eingelegt? Ja. Hast du die von mir? Ich hab keine Ahnung. Oder hast du die ernsthaft abgebaut? Es kann sein, dass ich die abgebaut hab. Wir müssen noch so ein Community-Projekt machen. Ja, ne, irgendwann mal irgendwas cooles. Irgendwann, wenn wir mal Bock haben, okay. Benzenter da war. Der Weihnachtsmann. Er war ja schon. Ne, ne. Wir nehmen das ganze hier am 24. aus, weil wir lange Weile haben am Weihnachtsabend. Ach, du meinst... Was? 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 Ich? Ich? Anton, ich hab Knast. Jetzt gib mir Koppel. Junge, du. Ja, wahr. Nimm's doch! Nimm's doch nicht. Ihr müsst verstehen. Anton ist... ist grubel. Ein grubeloser Kerl. Ich achte lieber damit. Weil ich heute nichts weiße. Du kannst einfach nichts weißen. Ähm, wenn wir eure Kommentare nicht eingehen, ist es kein Wunder, weil... Wir nehmen ein paar Folgen in Voraus. Vorproduzieren. Ja, das kennen sie bestimmt. Das kennt ihr bestimmt von anderen YouTubern oder was auch immer. Ich hab nur angefangen, weil Anton mich gezwungen hat. Naja, wir wollen eigentlich beide überhaupt nicht zusammen irgendwas machen. Aber wir dachten uns so, ja, das steigt bestimmt unsere Zuschauerzahlen oder so. Und, ähm, ja, lassen wir einfach so ein gemeinsames Projekt machen. Aber eigentlich haben wir überhaupt keinen Bock dazu. Oh, ey. Ja, das geht ja. Ne? Ey, hörst du auf jetzt mit deinem Leiter? Hör auf jetzt! Alter, komm. Ey, ernsthaft, ne? Das nervt jetzt wirklich. Wir müssen irgendwann mal PvP-Action nehmen eigentlich. Ich zähle jetzt mal nach dem Fies. Schock, wenn ich schon eins, zwei. PvP-Action, Alter! Weißt du? Eins, zwei, drei. Du schlag uns! Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf. Elf hab ich bis jetzt noch. Ja, ähm, ich hab ich gekauft. Ich muss bis 30 Blöcke hoch. Ähm. Schade, ja. Schade. Schade. Alter, hör auf. Ey, alter. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho, chill. Chill. Das wäre halt der Zwölfte? Drei, zehn. Klotzen. Drei, zehn. Fünfzehn. Komm, bist du in alle? Oh, ich geh wieder fahren. Dann gibts das abonniere Hast du den 360 gesehen? Ja, nein, nein Guck dir den an Hast du den gesehen? Naja Geil, ne? Naja, ganz toll Dann hast du wieder meine Moves ausgepackt Du sollst nicht alles gleich in der zweiten Folge verraten, was du kannst Ich bin jetzt bei Höhe 16 Alter, das sieht schön, du bist krass Warte, jump, man Wow, what the fuck Uuuuh Von da oben, hey? Die hatten ja schon mit dem Leiter und der Nebo platziert Ja, ich nicht Ja, blöd ich nicht Nö Du heisst auch nicht Bertha Wer will denn schon Bertha heißen, Alter? Ja, du Also, Entschuldigung für alle Berthas, aber Alter, wenn der ne heißt nur zu zuschauen, nicht Berthas Ich will die Bertha heißen Ich will die Bertha Entschuldigung für alle Berthas Alter Also, wenn jemand von euch Nein Falls jemand von euch Bertha heißt Es tut mir leid, aber Ich bin voll zu leid Dafür nehmen wir jetzt ihn Oh nein Ich bin ja grad nicht dran Ja 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 Ich bin voll Mitleid für sie Und alle Berthas Tüte Mitleid Aber nur ein Guggenbärchen Ich bin Aber Also nein Bertha ist ja eigentlich so ein schöner Name Nur für B Ja Bertha ist so ein Name, der mit ihm unterbört Ich hab gehört Ey, was hast du denn hier auf jeden Fall scheiße gemacht? Ich 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 hab keine Augen gemacht Ich 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 Lass Mal schön drin Du Mal jetzt hertsch Ich 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 mache jetzt hier Acht Oh ne, warte, warte Ich kann noch mal für Sixty das Wasser ausdrücken Ey, Alter Ja Überleb Überleb Wie lange geht die Folge jetzt schon? Das ist so gut Okay Ich hätte das nicht Ich bin schon am Kopf Ich bin einfach still Ja, ich weiß nicht Ich bin ein bisschen schlafen Wieso, ich hab so nur noch ein Halb-Scherzen Oh, Halb-Scherzen Fuck Bau jetzt mal die Leitern weiter Jetzt Hast du den drin auf Höhe 18? Das war Höhe um weißig Super, aber 18 Die letzten sind die oder was? Okay, um 30 müssen wir. Ähm, bitte mich nicht schlagen. Nö, nö. Ähm, bist du sagen 360? Und hier oben bist du sagen 280. Du kannst ja selber auspitzeln. Nö, fiel los. Fast 20, glaube ich. Also 19. 30 müssen wir hoch, ne? Ja. Okay. Irgendwie ist der Vorbleib, ey. Wieso liegt ihr dort hoch? Ja, pack sie da rein. Gut. Nein! Hä? Schwul. Ich find's tristisch. W- Ich... Hä, was? Warum schreibst du Plus, Alter? Hä, ich hab T geschrien. Was ist das? Hör mal, was ist das? W- Ich hab noch etwas... ... ... Oh Jo, komm schlag mich, komm. Nö. Die unten liegt überall, komm. Ja, ist doch gut. Alter, hast du das jetzt eingesammelt? Ja. Ja gut. Warte mal wie ein Anton ist, er ist gerade halb zehn Jahre alt. Nyaaah! Nein, das denkt mir. So behindert. Im Wahrheit bin ich Tom und bin fünf Jahre. Oh Jo. So als ich eins sind, so als ich eins sind. 316. Oh, mag das auch gar nicht? Okay. Okay. So. 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 Das ist ne angenehme Folge jetzt, ab jetzt Ja ok, wir sind ja bei Höhe von 08 Höhe 90.0 Jut über 62 NEIN Boah Jut Tschüss Ja Guck mal mit F3 welche Höhe unten ist Warte Jetzt auf der hier? Ne, auf der Was ist das? Höhe war... Y Ja, Y 63 Ja ok, dann müssen wir ja noch treiben Hast du noch genügend Blöcke, oder? Ja Ja Ihr müsst verstehen, Anton sitzt nackt vorm PC, oder? Rutschen runter Mein Kommission abbaut Weil wenn man da steht und der Maus klickt Hahahaha Die drückt eine Hahahaha Oh ja geil, die Maus gedrückt eine Kriegt doch schon nicht mit Oder auch hier nur Kommission ab Warte Falsche Hand Falsche Hand Hier wird ja Was ist das? Hahahaha Oh Alter 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 Du kriegst Hungerschaden Hahahaha Oh Mann Ja genau Ich wollt's mir grad holen Was wollt's mir holen? Oh Einen Herzen Einen Herzen Junge Falsche Er fällt uns Oh Dose Hahahaha 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 Loh Lein Hahahaha 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 Ich bin auf die kitzenden Bein Hahahaha Nee, ich auch, aber ich hab's übersehen. Geh weg jetzt. Ja, aus. Ey, mein Gott, du bist weg. Ach. Ey, Alter, komm. Komm, lass. Lässt du die Folge mal ganz normal. Okay, ähm, ja, okay. Dann möchte ich sagen, das war's für diese Folge. Die Folge, die nächste Folge. Gut, vereinzelt. Ja. Komm hier. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.